Ah, der Wahnsinn! Da haben wir aber wirklich einen guten Kandidaten, oder? Ja, ja. Es ist ein selbstbewusster Schritt, er steht gut im Schuh. Modisch, modisch auch voll dabei. Ja, also wirklich. Das Smartphone lebt auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall reden. Anmut in seinem Gang, er muss es jetzt bis zum Ende durchziehen. Der Akzent von der Hose mit dem Cap finde ich wirklich gut. Oh, das Verschmütze, Lächeln hat mir sehr gut gefallen. Guten Tag. Oh, sehr gute, selbstbewusste Performance, wirklich ausgezeichnet. Sie sind im Recall. Und damit herzlich willkommen beim ersten internationalen Trolley-Wettrennen. Zum Finale des ersten internationalen Trolley-Wettrenns. Wir sehen hier, alle Kontrahenten sind wirklich erbittert unterwegs. Hier wird sich nichts geschenkt. Hallo, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Was ist die Internet? Sie muss noch mit dem Stern stehen bleiben. Entschuldigung, Sie müssen ja, genau. Noch ein Stück. Perfekt, perfekt. Das ist super. Ihr erstes Casting. Oh, was macht sie jetzt? Guck mal. Oh, drei auf einmal, ob sie das schafft. Der obere kippelt, der obere kippelt. Aber souverän, souverän macht sie das, ja. Siehst du das? Ja, ich würde mich nicht zu früh freuen. Ich sage immer, erstes Tagesende ist die Pointe. Oh, guck, er nimmt nur zwei, er macht's clever. Nee, er nimmt doch drei. Er nimmt drei. Vier. Er nimmt vier. Vier auf einmal. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war 1972 und das ist nicht gut ausgegangen. Oh ja. Ja. Was ist Ihr Talent? Genau. Was mein Talent? Vielleicht stellen Sie sich erst mal kurz vor. Ich bin Maschinenbauer. Maschinenbauer? Ja, zeigen Sie mal. Scheinbar gibt es hier Komplikationen. Das Rennen wurde gestoppt. Es geht nicht weiter. Liegt's an dem Auto? Ich höre eine Energie. Es liegt nicht an dem Auto. Ja, es gab wohl eine Bombendrohung. Okay. Die Arena muss geräumt werden. Was haben Sie? Ja, Mann. Ja, Mann. Du, Mann, verstand. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hast du das gesehen, Steve? Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Oh, jetzt nimmt er aber die Hand zum Einsatz. Was ist denn hier los? Tut das nicht weh? Oh, jetzt das Rennen geht weiter. Okay, es geht weiter. Es war nur ein Fehler. Oh, na. Hier, schwarze Jacke ist vorne dran. Wir werden uns das mal aus der Nähe ansehen und schalten mal rüber. Schön, dass Sie haben. Ja, schön. Wir schicken Ihnen eine Mail oder eine E-Mail oder so. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Beim Sausen immer die Oberkante unterlegen. Das ist so groß. Alles gut. Und damit ab in die Wärmung für unser neues Bier. Kaufen Sie jetzt unser spritziges Robin über Blau 69. Frisch gezapfter Urquell aus dem Yannick Scharrenbach. Das geht doch runter wie Raketen läuft. Regie, es soll hier irgendwie Komplikationen auf der Rennstrecke geben. Irgendwas blockiert wohl den Fahrtweg. Okay. Aber hier, guck hier, haben wir ja echt gute Korvenlage. Ganz vorne mit dabei. Wirklich gute Korvenlage. Souverän gemacht. Aber hier geht es irgendwie nicht weiter. Das scheint eine Panne zu geben. Ich geh zu Schi. Jetzt wird sich schon am Spielgerät beklagt. Die Schuld wird immer bei anderen gesucht. Daran sieht man schlechtes Spielerverhalten. Und er sagt, es steht korrekt. Es kann weitergehen. Es kann weitergehen, hör ich gerade. Der Schiedsrichter gibt grünes Licht. Damit? Ja. Grünes Licht und... Ah, da war die Hoffnung groß, aber sie wurde in der Luft zerrissen. Währenddessen da drüben gerade die Fahrbahn mit Menschen begangen wird. Das scheint nicht rechtend zu sein. Ich glaube nicht, dass die Menschen auf die Fahrbahn dürfen. Also, ja, irgendwie... Da kann irgendwas nicht stimmen. Die Security, können wir das vielleicht einmal räumen? Ja, bitte einmal Security. Jetzt scheint das Rennen weiter zu. Ja? Beim Werfen nicht hier diese Linie von dem Bier. Oder da sieht man, sie lassen sich auch zu leicht vom Publikum aus der Ruhe bringen. Jetzt müssen sie wirklich Tunnelblick zeigen und einfach nur rein das Ding. Genau so, weil ich das genau so. Souverän manövriert hier. Also, der hat wirklich das Handy. Ja, ich finde an der Stelle würde ich auch den Daumen nach oben geben. Hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Was zu trinken? Leider nein. Aber weiter vorne gibt es auf jeden Fall noch ein Drive-In. Okay, also was haben wir jetzt hier für ein Szenario? Ich glaube, hier müssen wir jetzt mal die Strecke umlenken. Ja, scheinbar haben die Planer irgendwas schlecht bedacht. Hier kommen Menschen auf die Fahrbahn und dann höre ich gerade aus der Regie. Überhaupt nichts. Scheinbar sind meine Kopfhörer kaputt. Ja, vielleicht können wir ja Ersatz bekommen. Entschuldigung, wir brauchen über den Verlauf die Sendung meiner Kopfhörer. Entschuldigen Sie. Also, was hast du für Talente oder für Hobbies oder so? Setzt du besonders gut? Rennen. Rennen? Rennst du heute für uns? Also, von mir ein klares Ja. Also, definitiv. Doch, doch. Die Geschwindigkeit überzeugt mich. Dieses Durchhaltevermögen auch. Doch, wirklich. Auch schnell. Sehr schnell. Also, ich finde, das ist heute einer unserer Besten auf jeden Fall. Also, von mir ein klar. Also, du hast mich schon bei Rennen. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Natürlich. Gut. Also, dreimal Ja, oder? Bitte. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Wir sehen uns dann im Recall. Wirklich gut gemacht. Sehr gut. Entschuldigung. Steht die Verbindung zur Regie noch? Haben Sie noch Verbindung zur Regie? Wir haben gerade hier Funkkontakt verloren. Ja. Sie hören noch was? Sie hören noch was? Ja. Können wir tauschen vielleicht einmal kurz hören? Es sieht aus, als hätten wir hier eine Party im öffentlichen Gelände entdeckt. Es scheint hier noch heiß herzugehen, so wie es aussieht. Das Partyvolk hat sich versammelt. Sowohl Kleidungsstil als auch Getränke sprechen für eine Party. Ich glaube, es ist eine gute Party. Und es fließen sehr edle Getränke. Was hältst du davon? Die Laune ist spritzig. Aber ich muss sagen, auf dem Fachgebiet bin ich leider nicht so bewandert. Vielleicht haben wir da einen Experten. Was sagt die Regie? Ja doch, wir haben einen Experten vor Ort. Dann wollen wir den mal bitte einmal hervorbringen. Wuhuuu! Wuhuu! 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 Ich hab mir meine Muster mal. Buss, Alter. Buss, Buss, Buss. Was? Doch, das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir, das ist gut. Ja. Hoffentlich schalten sie dann nächstes Mal wieder ein. Hör mal rein, das ist echt gut. Das ist echt wirklich ausgezeichnet. Vorsicht. Ich danke für die Party. Also ich muss sagen, ich schreibe von der Optik. Es sind alles sehr hübsche Menschen heute hier geladen. Es ist auch wirklich, ich sehe, der Alkohol fließt. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Wie heißt das? Ich brauche dich. Ich sehe auch gerade, die Party wurde durch Musik bereichert gerade eben. Wow! Das darf nicht fehlen, oder? Das darf nicht fehlen. Musik. Musik ist glaube ich das A und O bei einer richtig guten Party. Ich muss sagen, ich mag es auch, wenn es ein bisschen rockiger ist. Und ich denke auch, die Jungs werden nachher auch eine Runde pugen. Hallo. Bitte eine Schlange bitte und schon mal eure Handy-App öffnen. Ihr könnt gleich eine Schlange messen. Falls ihr ein Foto wollt. Es kommt jeder ran. Keine Sorge. Jeder kriegt ein Autogramm. Keine Sorge. Wir brauchen noch eine Sekunde und dann geht es sofort los. Wir müssen noch einen Stift gerade eben besorgen. Es ist genug Zeit für jeden von euch da. Das freut uns. Heute in der Schwabe 9 läuft noch was. In der Schwabe 9 läuft heute noch was. Das ist auch immer das Wichtigste. Immer einen Backup-Plan haben, falls die richtige Party nicht läuft. Und dann auch wirklich zu einer Location hingehen, wo man dann auch anderen Leuten auf den Sack gehen kann. Das finde ich auch immer richtig gut. Alles klar. Vielen Dank. Ne, ich kenne euch nicht. Ja, das ist ja egal. Unser Autogramm ist trotzdem viel. Also dann kannst du auch gehen. Da hinten ist die Tür. Schwabe 9. Schwabe 9. Alles klar. Livemusik auch noch. Okay, Livemusik. Das war unser Experte. So, aber bitte jetzt mal zum eigentlichen Thema. Jetzt kann jeder ein Autogramm haben. Wirklich. Alle der Reihe nach. Wir schaffen das. Genau, eine Schlange gerade bitte. Hintereinander. Das war die erste Unterschrift. Da kriegen wir nur noch 50. Alles klar. Ach, Mann. Wir haben hier kleine technische Probleme. Ich drücke, ich drücke. Ey, es gibt keinen Grund. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Wir sind in 5 Minuten wieder bei Ihnen. Bleiben Sie dran. Guten Tag. Ich bin der Jörg Hallmann. Was ist mein Kollege? Ich bin der Jörg Hallmann. Freut mich, dass ihr euch alle eingeschaltet habt. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch. Man sieht es vielleicht hier schon ins Bild schweben. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Es ist die Jonas Rose. Sie ist gelb. Sie ist schön. Sie riecht gut. Sie ist ja richtig gut. Ich hol sie mal hier rüber. Ich hol mich mal ganz vorsichtig hier vorne. Ah. Da muss man auch nur ganz leicht wedeln. Ah. Es ist etwas, was ich mit euch allen teilen möchte. Deshalb ruft bitte einfach an unter der 8. Haben Sie vielleicht Probleme mit Ihrem Körper? Ich habe hier eine Expertin auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Hallo, grüß moin. Ich bin's, der Johannes Stahlberg. Ich habe das Produkt, das Sie haben wollen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Bizeps haben. Wenn die Freunde einen größeren Bizeps als Sie haben und sie beneiden Sie. Sie nehmen dieses Gerät, den Bizeps, klemmen ihn zwischen Brust und Bizeps und dann werden die Freunde Sie beneiden. Sehr professionelle Arbeit. Oh, eine gesielte Bewegung! Eine gesielte Bewegung! Das ist der Wahnsinn! Oh, eine gesielte Bewegung! Eine gesielte Bewegung! Das ist der Wahnsinn! Der Mann hat Erfahrung! Der hat Erfahrung! Der hat Erfahrung! Schönen guten Abend! Kleine Sicherheitsfolger. Wie ist denn Ihr Name? Sie stehen bestimmt auf der Gästeliste. Ah! Haben Sie Probleme? Ich meine, ich stehe gerade ein bisschen. Steht der Traum auf der Gästeliste? Ja, tut mir leid. Aber Sie stehen nicht auf der Gästeliste. Das tut mir leid. Ja, jetzt kommt hier die Jury. Aufgerufen und dann haben Sie es wieder hingelegt. Ich würde Sie bitten, das auch wieder aufzunehmen. Ja, wir haben gerade noch einen anderen Kontinenten, der auch vorhört, das Ganze aufzunehmen. Der Referee, der schreitet ein, der sieht das direkt. Oh, der Referee fand das Ganze nicht gut. Da zückt er die Maßregelung. Auch ein vorbildlicher Einsatz hier vom Referee ist natürlich richtig. Der Referee möchte jetzt hier vielleicht Warnhinweise aussprechen, wie das Spiel weiterverläuft. Es ist kein Spaß. Erstens, der Herr macht seine Arbeit hier. Wir machen unsere Arbeit hier. Wir auch. Das ist jetzt uninteressant, ob Sie jetzt Arbeit hier machen. Wenn Sie was runterfallen lassen, dann trägt das nicht der Saub und Stadt bei. Sie haben recht. Oh, der Kollege ist wieder da. Sehr gut. Aber den High-Five wird dementsprechend geangelt. Und das muss alles nicht sein. Spaß ist Spaß. Spaß ist Spaß, ja. Ich habe auch gesehen, der Mann war komplett terrorisiert. Aber da ist bitte nicht irgendwelche Burger, die wir mal angehen. Ja. Dabei. Ich finde das wirklich souverän, dass Sie hier dafür sorgen, dass wirklich ein Saub ist. Entschuldigung, wir haben das auch in unserem Team. Ich spiele immer meistens den bösen Cop, er spielt den guten Cop. Und ich finde es gut, dass der Referee reinkommt und auch ein bisschen mehr auf die Kamera, denke ich mal. Und ein bisschen auch das Ganze durchzieht. Ne. Was da drüben ist. Das ist neben Ihnen, aber hinter Ihnen ist keine Kamera. Aber gut erkannt. Geht ihr gerne mal Ihre Personalien? Unsere Personalien? Ja. Komplett. Kommen Sie bitte mal mit rein. Sollen wir jetzt mit rein? Nö. Kommen Sie bitte mal mit her. Nö. Zentrale für 08. Wir würden dann einfach weggehen. Ja. Bräuchte bitte mal die Polizei. Ja. Mach das mal. Next time, okay? Jetzt kommt mal raus. Jetzt kommt mal raus. Wie ist das gemein, Mann? Ich...